Hi Leute, heute gibt's ein Video über Anomalie. Werden euch schon mal die Videos gefallen, lasst mal ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Als Anormal werden STP-Existenzen bezeichnet, die weder organischen noch materiellen Ursprung sind. Diese Existenzen können beispielsweise Geister, Stimmen, Visionen oder andere Erscheinungen sein, die den genannten Bedingungen nicht widersprechen. Diese STPs sind nicht an die physikalischen Gesetze gebunden, verhalten sich aber nach bestimmten Mustern, für die es jedoch keine allgemeine Regel gibt. Sie haben keine Empfindungen, können Emotionen weder empfangen noch ausstrahlen und haben keine Instinkte oder Gedanken. Diese STPs verursachen an Menschen und Tieren keine physischen, sondern normalerweise psychischen Schaden, der allerdings als Opfer dazu leiten kann, sich oder andere zu verletzen. Die Handhabung und Verwahrung solcher Existenzen ist sehr speziell und spezifisch, da man die Methoden nicht vereinheitlichen kann. Ob die Anomalie, wenn möglich, vernichtet werden soll, obliegt dem zuständigen Personal. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir doch ein Abo und ein Like da. Bis zum nächsten Video. Dankeschön und ciao.